eine neue lieferung früher als erwartet was bringt uns das denn hier bei super mario maker willkommen neue elemente sind jetzt dafür möchtest du da zu einem beispiel level spielen ja klar jetzt sehen wir zum ersten mal was passiert wenn wir neue meld elemente kriegen und jetzt legen wir los mal schauen was dann da so ist bisher sich noch nichts bisher haben wir doch doch der pilz der pilz und ne gummas hat zwischen vor dem pilz hat man auch schon vorher die trampoline und ja die trampoline sind neu kommen vielleicht in die röhre nein weil das wäre dann auch neu gewesen ist so was used da hat mich schon vorher dann sind die plattform noch neu was darin das warner bis neu so gleich noch was nein gibt es noch was neues die stachis lucky to mein lieblings gegner ihr wisst so kann man denn die röhren ist rein immer noch nicht als der betug und die feuerblume dies auch noch und der stern ja hier noch ja biep i hope ich хrγ kauf und ich fís ich mich gucken was da drin das gibt gleich auch jetzt die wolke als generelles item also dem blog und halte so ohne Lakitu mal schauen und dann werde ich euch jetzt noch gleich die lamente vorstellen und dann steht ein neuer beispiel level zur verfügung ok da kommt jetzt oben da nicht hier oben jetzt wie man jetzt auch gezeigt wird also nur auf dem video gamepad auch berühren klicken weil sie noch mal alle dinge die jetzt neu sind wir schließen das noch mal und machen auf die service you style weil das hatten wir auch gerade so dann brauchen wir mal kurz eine fläche einmal kurz schnell so haben wir jetzt hier die feuerblume neu und ich glaube da gibt noch ein trick wenn man den da drauf tut dann ist es so wenn ich zum beispiel jetzt so habe und so dass da rein zum beispiel wenn ich jetzt den kummer hier besiege das soll jetzt kein akt sein dann hier den pilz nehme dann ist hier eine feuerblume aber jetzt wenn ich jetzt den pilz nehme und jetzt irgendwie doof treffen lasse dann ist hier oben keine feuerblume sondern pilzen also es ist immer so wie es auch in den richtigen spielen ist dann haben wir noch das one up das ist halt das zusatz leben einfach manche elemente kann man schütteln das jetzt nicht in stern der macht uns halt unbesiegbar hatten wir auch schon vorher blume die plattform die kann man auch noch hier die richtung sagen oben unten zur seite nicht ganz cool in alle verschiedenen richtungen hier dann gibt es noch die plattform kann man auch schütteln wenn sie zu blauen plattform sobald wir jetzt da drauf fallen hätte sie runter dass daraus kann man auch ganz gute dinge machen und schade dann was ich auch noch nicht gezeigt habe dass man das ziel bis hier hinten hin machen kann und dann gibt es auch den stachi ist ja auch neu daraus können wir auch ein stachelhelm machen der ist neu wenn wir den jetzt auf mario drauf machen kann machen dann hat er so ein stachelhelm wenn wir jetzt auf vier drücken dann ist der ist alles tot was auf uns fällt aber wir können auch keine blöcke mehr anwenden also ist alles down und lakisu kennt ja jeder ja genau man kann jetzt auch einfach nur eine wolke raus machen so machen wir mal und kann einfach selber fliegen ja sag ich ganz cool und diese lakitos kann man auch der können auch nicht nur stachis werfen sondern bald ist das unter wasser set verfügt über einige feinde halten sich unter wasser anders probier es doch mal aus wenn es soweit ist wenn ihr noch zugespampt immer kann man auch zum beispiel feuerblumen geben und dann stellen wir uns auf die plattform braucht dann wird er hat ja super funktioniert scheiße dann wird da keine stachis sondern feuerblumen also der ganz oben jetzt genau wenn wir es runter springen dann können wir natürlich hier ja alle dauernd dauernd nur was hier so ist in dem super mecker dass man keine münzen mehr bekommt falls man dann mal ein gegner besiegt und das war noch schon die neuen elemente würde ich sagen ich will noch mal die mario herausforderung oder mal gucken was da jetzt auch für neue level auf uns warten ich bin gespannt ja es kommt natürlich überspringen und jetzt kommen sprichst du mal was hatten wir sie schon jetzt dupliziert sich alles oder was ja okay man kann sie als stapeln und alter schnell ins ziel bruder und continue level 2 wie da draußen das hat mir doch auch schon meine fresse so stellen die komm her jetzt gehen wir alle und bobo 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 das haben wir auch schon jetzt kommt nur noch publikat oder was ich habe ja mal gesagt ich werde den online muss als 100 abonnenten zwischen machen das werde ich auch machen vielleicht kann ich ja im nächsten part ein level und für uns bauen wo wir wo ich dann die neuen elemente euch dann noch mal so richtig veranschauliche ich möchte die feuerblume nein nur ein pilz betrug ja was sie auch gibt aber wir haben glaube ich schon verpasst hatte dazu muss man noch mal zurück nämlich da genau gab es einen stern damit kann man natürlich durch russian bis zum wieso ist er nicht gesprungen ok leute jetzt gehe ich jetzt gehe ich jetzt geht los jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los ich fühle mich gerade auch wie ein dreijähriger der zum ersten mal video gamepad in der hand hält drei jähriger stimmt schon und alter bruder also drittes mal möchte ich aber nicht mehr weiße game over hier so jetzt raschen wir aber durch und dann ist hier das ziel und kriegen sogar obwohl wir sich verdienter junge meine laute ganz großes kino auf drei abdub schade ich wollte jetzt eigentlich nur one of all okay wir haben doch meine chance ich versuche das jetzt zu kriegen ich versuche es jetzt einfach zu kriegen ich krieg den sprung da nicht hin aber ich möchte gegen die beiden und boom du bist gleich tot jo er ist tot jetzt ist der er geht dich vernichtet er ist tot mario hat noch schon aber trotzdem ist eigentlich ganz schön anzusehen und sind halt alle elemente aus super mario bros aber das verstehe ich immer noch nicht was soll das darstellen und scheiße die anderen verstehe ich aber das ist das einzige was ich nicht versteht sie hat mir fast den weg abgestimmt als ich da so rauskam haben wir eiskalt hinter mir den weg zu gemacht um ein haar um einen einzigen pixel werden wir da gestorben knapper ging es nicht clown kutschen kanonade ja mal wo ich dort gefällt habe oder was was soll ich tun klar das ist so ein bisschen mal let's go jetzt ja und runter runter scheiß drauf scheiß drauf scheiß drauf packt die scheine weg ab ab ja und wir haben zehn abzieher sehr schön dann gehen wir zum nächsten level 7 piet schreit immer noch um hilfe und deswegen müssen wir schnellstens handeln mit zwei drei remix pyramiden ja mein liebes level am meisten mit diesem besitzen sie am anfang ja kommt ja auch her weiter an kill ich die ich kenne ich die ich ich kenne mich ich kenne man absCK ich kenne kapiva eure third له es kann ich merde du Bruder! Kann ich den killen? Skapobo, bitch! Lol. Ah! Fuck! Nein, Bruder! Ich kill den! Ich kill den! Boom, bitch! Ich kill den! Lol, der ist einfach ein Hotsets! Und hier ist... Come back! Kommt her, Bruder! Bruder! Machen wir den Block kaputt. Da kommt auch immer was raus. Bitte, Mama, ich möchte gestanke. Was ist das? Den mag ich nicht. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich hab dich gekillt, Mama. Ach, Mann. Ja, ha. Ha! Geil? Nein! Nein, 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 nein. Macht weiter. Bro, was denkst du, was ich hier mache? Kannst du dich gar nicht vorstellen? ruhig blut mario blut nein 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 das war das dass wir den letzten part nicht geschafft haben in dem vorletzten part wir haben das geschafft ich wollte erst mal so geradeaus fliegen und dann höre ich so also ich dachte so der irgendwie weiß ich nicht wo aber die hat erst mal so gechillt so genau in der mitte wo ich her gefahren bin ja moin thank you for you but it is an and that's a castle you are oh no mal schauen ob wir jetzt das wasserpaket bekommen denken wir zu level bauen und mal schauen wir warten vielleicht noch mal kurz auf jeden fall kann man auch hier das alles anordnen das kann man da zum beispiel ein machen da 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 genau das auch mal dahin ist ganz gut jeden fall kann man auch den kuba schütteln roter kuba piranha kann nicht schütteln doch dann steht sie auf dem boden es geht nicht geht auch nicht geht auch nicht geht auch nicht wie der immer so ein anderer laut kommt egal ja mal schauen ob wir es schaffen ne oh lol 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 nein ich würde den sterbe jetzt auch nicht hören ja ja warte wie weit kommen wir mal schauen ob wir von dir auch schon das schaffen nein warte von hier von hier war ja 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 nein hatte von hier war das dann haben diesmal von hier das ist doch schaffen das müssen wir schaffen dann von hier ganz knapp aber wir haben es geschafft hatte im letzten part ist ja dann erschienen als wir 60 abos geschrieben haben das ist super was auch mit dem hund machen können ist auch alles rückgängig machen mit die bräume ich möchte blomme ich jetzt mal hier ist das ziel super ziel abgeschätzt also wenn du bist grandios ja okay das was wir machen dieser macht keinen sinn deswegen beendet ich jetzt mal ein fahrt wenn es euch gefallen hat lassen abonniere ein und ja